Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu A of the Beholder. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben in der letzten Folge ziemlich coole Sachen hier gefunden. Ein neues Schild, eine Keule plus drei, ein Weg, der hier rüber geht. Ja, ich würde jetzt sagen, jetzt gehen wir hier hoch und schauen noch den zweiten Weg an, der hier lang geht. Mal sehen, was wir da so alles finden. Außerdem haben wir noch ein neues Ding gefunden. Einen neuen Schlüssel. Vielleicht würde der uns auch weiterhelfen. Huch. Okay, da kamen neue Pfeile raus. Da habe ich irgendwie nicht eingesammelt gehabt. Keine Ahnung, was das sollte. Aber egal. So, jetzt gehen wir mal hier runter. Mal sehen, was wir da noch so alles finden. Ah, auf jeden Fall Gegner. Hey, nicht immer alles verfehlen hier. So, sehr gut. Einen Stab brauchen wir nicht. Das bekommst wieder du. Den Pfeil bekommst natürlich du hier. So, dann müssen wir mal schauen. So, das ist jetzt eins, zwei, drei, vier. Ei, ei, ei. Also hier geht es auf jeden Fall mit vier runter. Eins, zwei, drei, vier bis hierher und dann hier rüber. Boah, alles klar. Okay. So, jetzt können wir in Ruhe aufsammeln. Und dem Pfeil nochmal der gegeben. So. Also, jetzt geht es hier runter. Dann sind es auch wieder drei Felder nach da. Eins, zwei, drei. Dann geht es hier hin, hier hin. Dann geht es hier in ein etwas größeres Feld rein und hier weiter. Sieht es da genauso aus? Ja, das sieht es genauso aus. Okay. Gibt es hier irgendetwas Interessantes? Reimtüren? Ne, scheint es nicht zu sein. Ja. Ne, ich sehe auch nichts. Hier drüben vielleicht. Ne. Doch, hier gibt es einen Schlüssel. Okay. Da ist jetzt die Frage. Der Schlüssel, den wir gefunden haben. Oder ist der eher für oben? Schauen wir mal ganz kurz. Würde der denn passen? Ja, der würde passen. Und wir kriegen auf jeden Fall einen weiteren Gegner. Aber was hat uns das jetzt gebracht? Uns hat nur einen Weg freigemacht. Der Schlüssel ist weg. Hat sich da auf der anderen Seite was ge... Ach, da ist nochmal ein Schlüssel. War der vorhin auch schon da? Ne, ich glaube, der war nicht da. Oh, das heißt, da ist wieder ein Schlüssel aufgegangen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, da geht ein Schlüssel auf. Wenn man das mal macht, verschwindet auch wieder was. Und dann geht da ein Schlüssel wieder auf. Dass wir drei Schlüssel oder so bräuchten. Aber wir haben nur den einen Schlüssel gehabt. Bringt uns also momentan nichts. Dann würde ich eher mal den Schlüssel nochmal aufheben. Vielleicht für dieses eine Teil hier. Also, hier haben wir auf jeden Fall einen Schlüssel, wo wir brauchen. Da ist es. Hier. Da brauchen wir auf jeden Fall einen Schlüssel. Okay, wieder was gefunden. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal runter. Einfach mal schauen, was da unten ist. Äh, wie sieht es eigentlich essenstechnisch aus? Ja, das sieht ja alles wunderbar aus. Okay. Dann hätte ich gesagt, gehen wir tatsächlich mal runter in die nächste Ebene und schauen, was da ist. Wir brauchen also auf jeden Fall zwei bis drei, also zwei Schlüssel auf jeden Fall. Drei pauscht man vielleicht noch. Vielleicht können wir diesen einen Schlüssel, den wir gefunden haben, aber auch in Level 3 benutzen. Das müssten wir auch mal ausprobieren. Passiert nichts mehr. So, dann können wir hier auch runter gehen. Alles klar. Dann hätte ich gesagt, äh, speichern wir, dass da nichts schief geht. Dann machen wir Level 7 und schauen mal, was da passiert, was wir da so alles finden werden. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir auf jeden Fall, so, das hier ist dann Level 7, irgendwann mal durch dieses Monolith-Dings da, äh, durch die Steintür in Dings gehen müssen. So, dann haben wir hier so ein Ding. Äh, und hier so ein Ding. Können wir Level 6 ausblenden und gehen in Level 7 und dann schauen wir mal, was das gibt. So, es geht auf jeden Fall im Süden weiter. Das heißt, wir haben hier, eigentlich müsste es tatsächlich so sein, weil das hier noch extra fällt. Und da geht's hoch. Ja, das passt. Das passt soweit. Okay, dann haben wir das hier. Dann haben wir hier so ein Ding. Und dann nochmal so ein Ding. Hoppla. Und dann nochmal so ein Teil hier. Ah ja. Und hier haben wir auf jeden Fall eine Tür, die noch zu ist. Da müssen wir auf jeden Fall, ja, müssen wir mal schauen, wie wir da hinkommen. Aber auf der anderen Seite, niemand schafft es aufzubrechen und, ach, wir hätten doch auch versuchen können, das, ob wir das, äh, mit Blockpick aufkriegen können. Bei Level 4 ging das ja nicht. Ah, also da scheint es auf jeden Fall erstmal nicht weiter zu gehen. Andere Seite. Haben wir genau so eine Tür. Okay, dann sind wir hier wohl anscheinend schon fertig. Ach, das ging schnell. Das ging wahnsinnig schnell. Dann ist wahrscheinlich, ähm, der nächste Ding, was wir machen müssen, ähm, dass wir durch diese Steintür gehen. Oder gibt's hier irgendwo noch irgendetwas? Ne, also da kommt man anscheinend eher von der anderen Seite durch. Dass das sozusagen der Ausgang nach oben wieder wäre oder so irgendwie, irgendetwas. Hm. Irgendwie ist das schade. Dann beende mal Level 7. Geh mal wieder auf Level 6. Ah. Ah, aber ne Idee. Moment mal, wenn wir jetzt hier lang gehen und da runterspringen, kommen wir dann je nachdem auf der anderen Seite raus. Wenn wir nämlich jetzt hier mal schauen. Ja, dann müssten wir hinter der Tür, seht ihr das? Dann müssten wir theoretisch hinter der Tür erscheinen. Ah. Das könnte natürlich sein. Wir speichern. Wir springen runter. Wir kriegen einen Schlüssel. Ah. Und auf der anderen Seite wohl dasselbe nochmal. Ah. Aber ansonsten haben wir da nicht wirklich viel. Okay, dann probieren wir das mal auf der anderen Seite auch nochmal zu machen. Das wäre dann die Seite hier im Osten. Da kriegt man bestimmt den nächsten Schlüssel. Genau. Und sind hier durch. Ah. Okay. Das nenne ich mal krass. Haha. Okay, dann können wir Level 6 nochmal ganz kurz ausblenden, damit ich auf Level 7 nochmal zeichnen kann. Dann haben wir hier tatsächlich nur das hier. Und das war's. Das ist ja mal ein Ding. Anschließend ist das vielleicht gar kein Level 7 hier, sondern nur wieder so eine Zwischenebene, was wir da schon mal hatten. Könnte natürlich auch sein, dass das gar nicht Level 7 ist, sondern ein Zwischenlevel. Aber es würde eigentlich passen zu Level 7. Ja, okay. Das heißt, wir können jetzt mal schauen, ob da da runter gehen. Ja, probieren wir mal aus. Das probieren wir jetzt aus. Eigentlich hätte ich aber auch gerne gewusst. Ich mach mal ein zweites Ding. Das werde ich vielleicht einfach mal jetzt hier. Test. Das werde ich vielleicht jetzt einfach mal ausprobieren, ob der Schlüssel oben auch noch gepasst hätte. Aber wir machen jetzt erstmal ganz normal hier weiter. Das heißt, wir machen hier Zing rein. Dann hat man doch keinen Gegner gehabt. Ich dachte, wir hätten beim letzten Mal hier einen Gegner gehabt. Dann können wir ja, wir hatten den nächsten Schlüssel gehabt. Ja, du auf jeden Fall nochmal. Dann heißt das hier auch auf. Und da, wie gesagt, wie ich gesagt habe, da haben wir noch das nächste Teil. Ah, da bist du ja. Oh, das ging aber schnell. Das ging aber schnell. So. Aha. Okay, und da geht es auch wieder runter. Also gut. Dann sind wir jetzt. Moment. Wo sind wir jetzt genau? So, von da kommen wir. Dann haben wir dieses Ding hier. Das ist das geradeaus. Dann haben wir. Hier geht es dann quasi weiter. Dann haben wir hier. Zack. Also hier die 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 und hier geht es runter. Das nenne ich mal krass. Das nenne ich jetzt echt mal krass hier. Okay, und den da können wir auf jeden Fall nochmal löschen. Weil den haben wir jetzt. Wie gesagt, den Schlüssel, den muss ich tatsächlich oben nochmal ausprobieren, was das Sache ist. Jetzt können wir auf jeden Fall wieder nach Level 7 gehen und Level 7 weitermachen. Oder halt durch das Steinportal gehen, was uns was weiß ich wohin führen wird. Das wäre wahrscheinlich auch irgendwann mal wichtig. So, gespeichert ist gerade. Dann Level 7. Dann sind wir quasi hier. Können hier nochmal das Ding machen. Und danach können wir mal Level 6 abblenden und sind in Level 7 hier drin. Okay. So. Dann sind wir jetzt quasi hier unten. Und brauchen natürlich wieder. Ein, äh, Dingsbums. Okay, wo habe ich mein Handbuch hin? Auf das habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet oder gedacht gehabt, dass ich das nochmal so schnell brauche. Aber wo habe ich es denn hingelegt? Habe ich es auf den Desktop gelegt? Oder habe ich es auch was hin? Ich habe ja mehr, ich musste mir ja das deutsche Handbuch runterladen. Oder war das nur im Internet? Dass ich es mir gar nicht runtergeladen hatte. Das ist auch möglich. Nee, das ist ein anderes Handbuch. Okay. Kleiner Moment. Äh... Wo hatte ich das Buch? Naja. Ja, das Handbuch. Ich habe es mir gar nicht runtergeladen. Ich war es nur auf... Ich habe es nur im Internet gehabt. Okay, wir brauchen den Streitkolben. Schlüssel, Schwert, Schild, laladab, dadadab. Da ist es. Ich sehe den Streitkolben. Finde Seile 4. Gib Wort 3 an. Also Seile 4, Wort 3. 1, 2, 3, 4. Wort 3, 1, 2, 3. Dies. Wie müsste dann das sein? Nee. Verdammt. Das war irgendwie falsch. Na, super. Okay, jetzt sind wir hier. Seile 2, Wort 1, Werden. Okay. Oh, Draw. Oh, krass. Eine Dunkelelfenpatrouilleer hält euch auf. Der Anführer sieht euch verächtlich an und knott. Also. Drollfutter. Nennt mir einen Grund, warum ich euch nicht in die Sklavenferch werfen soll. Sollen wir es tatsächlich versuchen mit Bestechen? Wie? Ihr wollt mich bestechen und beleidigen? Ich will kein Spielzeug, sondern potenzielle Diener. Egal welch Kreatur. Kenko, Geobolde, Troglyten. Je jünger, desto einfacher sind sie zu brechen. Doch, warum schwätze ich mit euch? Haut ab, oder wir schneiden euch in Streifen. Ah, hier geht's nicht lang. Dann greifen wir einfach mal an. Also Level 7 sieht irgendwie anders aus als in das eine Level, das wir gerade eben gewesen sind. Ah, ich weiß nicht, ob das so eine Zwischendings gewesen ist. Na? Ja. Dann haben wir gar keine Zauber mehr? Doch. Hallo. Er macht mal wieder nix hier. Das Spiel ist so dermaßen... Ähm... Dingsbums. Okay. Okay. Mal hier. Äh, hab ich hier... Hä? Achso, nee. Test müsste ich laden. Test war das letzte, was ich gespeichert hatte. Ah. Okay, da geht's auf jeden Fall runter und wir haben einen schweren Kampf vor uns. Das heißt, wir sollten, wenn wir das machen, uns auf jeden Fall nochmal ausruhen. Und wir sollten vielleicht noch diese Dinger hier machen. Die habe ich noch gar nicht benutzt gehabt. Ist ja klar. Und dann kriegst du nochmal Duo. Okay. Und dann haben wir nochmal das hier. Alles klar. Ja, jetzt sollten wir definitiv erstmal noch uns ausruhen. Und dann fängt es wieder von vorne an. Mal sehen. Wenn wir es so wieder nicht schaffen sollten, müssen wir uns echt mal überlegen, ob wir nicht erst einmal durch das Steinportal gehen. Aber andererseits, da kommen wir ja auch zu den Drow. Ist ja nicht so, dass wir gar keine Drow dann hätten oder wie auch immer. Weil. Genau. Und dann sprechen wir auf jeden Fall nochmal ein Gebet und ein Segen. Und du kannst vielleicht nochmal deine Rüstung auf dich zaubern. Wir machen noch ein Segen. So, jetzt sollten wir doch gut gerüstet sein, denke ich mal. Hoffe ich jedenfalls mal. Wir probieren es gerade nochmal aus. Also, nach unten. So, dann haben wir wieder dasselbe Problem wie vorhin. Halt, hier ist das. Eins, zwei, drei, vier. Reichweite. Auch wieder nicht? Ja, manchmal ist das ein Buch ein bisschen problematisch. Okay, dann probieren wir das hier aus. Ich hasse diese Kopierschutzabfrage hier. Hier. Äh, Seite zwei, Wort eins. Elternteile. So, Dunkelhelfen, bla bla bla, wir greifen an. Och man, was macht ihr denn? Hallo, tauschen bitte. Komm ihr mit tauschen. Und du darfst mal einen Feuerball machen. Jetzt sieht es auf jeden Fall schon besser aus, als vorher. Ja. Komm, den einen kriegt er doch noch hin, oder? Ja, dankeschön. Ja, sieht doch schon viel, viel besser aus. Alles klar. Okay, das Ding brauchen wir nicht mehr. Ja, gehst du runter. Dann so schnell wie möglich mal schauen. Das war wieder ein bisschen hier... Oh, was ist denn das? Adamant Langschwert. Das hört sich ja auch wieder gut an. Adamant Langschwert. Es geht auf jeden Fall nach Norden. Speichern wir mal. So, jetzt ist die Frage. Ich will mal eine Sache ganz kurz schauen. Wenn ich jetzt hier nach Norden gehe... Geht es sehr, sehr weit nach Norden. Nicht trödeln. Kommen wir dann mit dem Ding in... In dem Ding rein. Moment. Also das war, wenn wir... Wenn wir jetzt hier sind. Ich will einfach mal wissen, ob wir da hier... Also das ist jetzt das hier. Das ist jetzt quasi das erste Feld dann. Eins. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 14, 15. Wenn wir jetzt hier... Ja, super. Okay, da muss ich sowieso noch mal neu laden. Die Karte seht ihr ja gerade selber. Ach nee, er macht es doch noch mal. 15 waren das. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, ja, ihr seht schon. Das überschneidet sich. Das Level sieben sieht ja auch komplett anders aus. Ich hätte gesagt, dann mache ich das anders. Dann mache ich diesen Teil hier, den ich da hier eingezeichnet habe. Den hier. So, diesen Teil hier, den werde ich dann in der Pause noch mal in diese Zwischenzone, die wir da haben, reinmachen, weil das scheint ja tatsächlich nur so eine Zwischenzone zu sein. Ja, und Level sieben ist dann einfach das Ding hier. Ich glaube, das passt soweit dann. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir hier weitermachen, weil die Draws sind schon ziemlich heftig. Aber dieses Portal, das sollte auch ziemlich Ding sein. Und ich schaue noch, ja, ich muss mal schauen, wie wir das hinkriegen. Und, ähm, ja, das kriegen wir irgendwie hin. Na gut. Und ich schaue mal noch nach, ob wir den einen Schlüssel auch für oben hätten verwenden können. Okay, also einiges noch vor in der Pause. Bis dahin macht's gut. Und tschüss.